Die EU hat den Umweltschutz in Europa richtig vorangebracht. Durch ihren Lebensraum- und Artenschutz wurde ein Fünftel der Landfläche der Europäischen Union als Schutzgebiete für Wildtiere und Pflanzen gesichert. Ohne die EU wäre auch Deutschland längst nicht so weit. Weil gesetzte Ziele jahrelang missachtet wurden, sind viele Gewäser in Deutschland in einem bedrohlichen Zustand. Erst die drohenden Strafzahlungen der EU führen nun endlich zu deutlichen Düngemittelbegrenzungen für die intensive Landwirtschaft. Auch in der Luftreinhaltung halten viele deutsche Städte die EU-Grenzwerte für Feinstaub nicht ein und setzen damit unsere Gesundheit aufs Spiel. Deshalb sind die von der EU eingeführten Umweltklagerechte für Bürgerinnen, Bürger und Umweltverbände ein besonders wichtiges Instrument, um die geltenden Umweltstandards einzufordern. Dennoch, die verfehlte EU-Agrarpolitik ist für Bauern und Artensterben gleichermaßen verantwortlich. Eine Agrarwende ist daher mehr als überfällig. Und auch die EU-Klimapolitik muss der drohenden Klimakrise endlich gerecht werden. Für einen starken Natur- und Umweltschutz brauchen wir ein starkes Europa.